Jetzt kommt was, wofür es sich lohnt, ein bisschen Reklame zu machen. Die neue Formel 1 LP mit den aktuellen Hits von Shack Attack, Mike Oldfield, Queen Billy Idol und Top Talks. Limal Depeche Mode Tina Turner Bros. Gibby 20 Hits auf einer Platte, das sind 4 Titel mehr als früher. Formel 1, aktueller geht's wirklich nicht.